WhatsApp überrascht seine NutzerInnen regelmäßig mit Neuerungen. Auch demnächst soll der Messenger-Dienst wieder ein Update planen. Allerdings stehen dieses Mal keine neuen Features im Mittelpunkt. Im Gegenteil, eine beliebte Funktion soll gestrichen werden. Das berichtet das Nachrichtenportal der Westen und beruft sich dabei auf die Internetseite wabeta-info. Was ändert sich nach dem Update? Nachrichten sollen nicht mehr in beliebig viele Gruppen weitergeleitet werden können. Stattdessen ist es nur noch möglich, eine erhaltene Nachricht einmalig in einer Gruppe zu teilen. Und das wohl auch nur in einem bestimmten Zeitraum. Wieso wird die Funktion gestrichen? WhatsApp möchte mit dieser Neuerung verhindern, dass zu viele Spam-Mails weitergeleitet werden. Auch wenn WhatsApp immer wieder wegen Datenschutz in der Kritik steht, ist das Programm nach wie vor auf Platz 1 der beliebtesten Messenger-Dienste. Laut Statista verwendeten 2021 83,6% der InternetnutzerInnen in Deutschland WhatsApp. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.